Hey Leute, ich habe Helene Fischer gesehen, gerade auf dem Supermarktparkplatz, hat sie in ihrem Kombi direkt neben uns geparkt, Helene Fischer, dann schickte sie aus, haut eng in solchen Leuten und ging einkaufen im Supermarkt, kam dann zurück, ist sie wieder weg, aber was soll Helene Fischer in einer Weltstadt wie hier machen, das ist ja völlig unverscheinlich, naja, ist egal, alleine die Vorstellung reicht mir schon, ich glaube ihr wisst wovon ich rede, Gott sei Dank war das ein Supermarkt, konnte ich mir direkt noch Klopapier mitnehmen, also, naja, mein Gott, Gott, bei dir hier ist es, Gott, boah, lass das mit den Drogen rauchen, Gott, boah,